Herzlich willkommen zu unserem Video für den Analysereiter der Ausschreibungen in DaVinci BMS. Ich bin Finn aus der Entwicklung für das DaVinci-System und werde dir unser neuestes Feature im Bereich Ausschreibungen zeigen. Als erfahrener Recruiter weißt du nur allzu gut, dass die Suche nach den besten Talenten oft mit Herausforderungen verbunden ist. Zentrale Probleme, denen du vielleicht gegenüberstehst, sind die mangelnde Transparenz und Analysemöglichkeiten bei deinen Ausschreibungen. Wie oft hast du dich schon gefragt, wann ein Talent im Prozess abspringt oder woher die Talente von der Stelle wissen? Hier kommt unser neuestes Feature ins Spiel, der Analysereiter, den du ab sofort in jeder Ausschreibung findest. Wir möchten dir hier detaillierte Einblicke in die Statistiken eurer Ausschreibungen geben. Beginnen wir mit der Analyse der Bewerbungseingänge. Du hast jetzt die Möglichkeit, nicht nur die Menge, sondern auch die Herkunft der eingehenden Bewerbung zu verfolgen. Neben quantitativen Daten möchten wir dir die Möglichkeit bieten, die Bewerbungseingänge auch qualitativ zu betrachten. Hierzu werten wir zusätzlich die Ratings und auch die Absagegründe aus. Unser dritter großer Bereich zeigt dir die Sicht der Talente. Sie können der Schlüssel zur Verbesserung sein. Mit unserem Feature erhältst du dazu direkt wertvolle Einblicke in die Feedbacks. Verstehe, wie dein Auswahlprozess wahrgenommen wird, identifiziere Verbesserungspotenzial und stärke deinen gesamten Recruitingprozess durch eine optimierte Bewerbungserfahrung. Zusätzlich zu diesen Auswertungen eurer Bewerbung kannst du über das Liegezeiten-Diagramm erste Informationen über euren Recruitingprozess für diese Ausschreibung erfahren. Zuerst möchten wir dir unsere Feedbackmöglichkeiten vorstellen. Wir legen großen Wert darauf, deine Meinung zu hören, um ihn stetig zu verbessern. Deshalb haben wir einen Feedbackbogen integriert, über den du uns direkt deine Gedanken und Anregungen mitteilen kannst. Zusätzlich kannst du auch direkt mit uns Kontakt aufnehmen, um deine Fragen zu klären oder spezifisches Feedback zu geben. Eine weitere wichtige Funktion ist die Gruppierung der Daten nach vier verschiedenen Zeiträumen. Einen Tag, sieben Tage, 30 Tage und 90 Tage. Dadurch kannst du Trends und Entwicklungen über verschiedene Zeitfenster hinweg analysieren und fundierte Entscheidungen treffen, die auf aktuellen und historischen Daten basieren. Um dir eine bessere Orientierung zu bieten, findest du an jeder Darstellung eine kurze Beschreibung. Außerdem haben wir einen weiterführenden Link integriert, der dich zu einem Hilfeartikel mit zusätzlichen Informationen führt. Dort findest du detaillierte Erklärungen zu den jeweiligen Darstellungen. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Darstellungen. Das erste Diagramm zeigt dir, wie viele Bewerbungen im ausgewählten Zeitraum eingegangen sind. Darunter findest du einen Trend, der die Anzahl dieser eingegangenen Bewerbungen mit den Eingängen des vorherigen Zeitraums vergleicht. Daran erkennst du, ob du mehr, weniger oder gleich viele Bewerbungen erhalten hast. Dabei wird dir diese Differenz zum einen als absolute Zahl angezeigt, zum anderen als prozentualer Anstieg oder Rückgang. Dadurch bietet dir diese Darstellung einen schnellen Überblick über die Dynamik des Bewerbungsaufkommens. Das Diagramm Bewerbungseingänge Gesamt zeigt dir, wie viele Bewerbungen während der gesamten Dauer der Ausschreibung eingegangen sind. Die Säulen stellen die eingegangene Bewerbung für deinen gewählten Zeitraum dar. Sobald du den Zeitraum änderst, werden die Bewerbungsangänge entsprechend anders zusammengefasst. Außerdem kannst du dir einen Bereich markieren, um hinein zu zoomen, damit du dir eine bessere Übersicht verschaffen kannst. Auf dem Diagramm Seitenaufrufe pro Bewerbungsportal wird dir angezeigt, wie häufig die einzelnen Seiten im Bewerbungsprozess aufgerufen wurden. Die Seitenaufrufe werden dir dabei für jedes Bewerbungsportal separat aufgeschlüsselt. Du kannst an diesem Diagramm zum Beispiel ablesen, wie weit die Talente im Prozess gehen und wie viele Seiten Aufrufe auch tatsächlich zur abgeschickten Bewerbung werden. Das Diagramm zeigt jedoch nur Seitenaufrufe und Bewerbungen an, die auf den DaVinci Bewerbungsportalen erfolgen. Seitenaufrufe über das Multiposting oder über andere Seiten von Drittanbietern werden aktuell noch nicht erfasst. Sobald ihr eure Bewerbung mit dem Rating-Feature bewertet, kannst du in dem Diagramm Bewerbungsstruktur nach Rating eine Zusammenfassung sehen, wie viele Bewerbungen dieser Ausschreibung welche Bewertungen erhalten haben. Dadurch kannst du dir eine Übersicht über die Qualität der Bewerbung verschaffen. Du kannst in der Legende einzelne Ratings abwählen, um zum Beispiel Bewerbungen auszufiltern, die keine Bewertung haben. Dies funktioniert auch bei anderen Diagrammen, die eine Legende haben. Das Säulendiagramm Bewerbungseingänge nach Quelle gibt dir einen Überblick über die verschiedenen Bewerbungsquellen, die von Bewerbenden genutzt wurden. Zu Beginn siehst du hier die Quellen, die zuletzt am häufigsten benutzt wurden. Die Säulen stellen die Bewerbungseingänge für deinen gewählten Zeitraum dar. Über die interaktive Legende kannst du dir neben den häufigsten Quellen auch weitere Quellen anzeigen lassen. Das Diagramm der Absagegründe gibt dir weitere qualitative Informationen. Hier zeigen wir die von euch vergebenen Absagegründe in absteigende Reihenfolge über die gesamte Dauer der Ausschreibung. Eine Einschränkung der Informationen über den Zeitraum gibt es hier nicht. Eine weitere wichtige Grundlage zur Bewertung von Ausschreibungen ist das Feedback eurer Talente. Hierzu werten wir vorliegende Informationen auf zwei Wegen aus. Das erste Diagramm ist eine Auswertung der eingegangenen Fünf-Sterne-Bewertung. Dafür wird dir pro Frage ein Mittelwert dargestellt. In der dritten Spalte des Diagramms findest du einen Trend der Bewertung zum vorherigen Zeitraum. Dieser wird durch einen Trendpfeil und der absoluten Veränderung zum vorherigen Wert angegeben. Hieran kannst du erkennen, ob sich das Feedback verbessert oder verschlechtert hat und Maßnahmen für deinen Prozess ableiten. Das zweite Feedback-Diagramm zeigt dir die Textantworten der Talente aus dem Feedback-Prozess über den gesamten Ausschreibungszeitraum. Diese Textantworten bieten dir wertvolle Einblicke in die individuellen Erfahrungen und Meinungen der Talente. Hierdurch kannst du Muster, Trends und wiederkehrende Themen identifizieren, die nicht durch die quantitative Auswertung des vorherigen Diagramms erfasst werden können. Dies ermöglicht dir, auf spezifische Anliegen und Bedenken der Talente einzugehen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Bewerbungsprozesses zu ergreifen. In dem Diagramm Liegezeiten pro Bewerbung siehst du, wie viel Zeit die Bewerbungen in den einzelnen Bewerbungsstatus verbleiben. Zu Beginn werden dir hier die Bewerbungsstatus mit den längsten Liegezeiten angezeigt. In der Legende kannst du weitere Bewerbungsstatus anklicken, um sie dem Diagramm hinzuzufügen. Die Nutzung dieser Informationen ermöglicht es euch, potenzielle Engpässe im Bewerbungsprozess zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Prozesses einzuleiten. Unser Analyse-Feature im DaVinci BMS bietet dir eine umfassende Lösung, um die Effizienz und Transparenz deine Recruiting-Prozesse zu steigern. Durch detaillierte Datenanalysen und Feedback-Auswertungen kannst du gezielt Verbesserungspotenziale in deinem Prozess erkennen und umsetzen. Nutze dies, um die besten Talente für dein Team zu gewinnen. Wir freuen uns auf dein Feedback und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.